Heute dekorieren wir eine Torte mit der Lydia von Fendant-Torte.de Wir brauchen eine mit Fendant eingedeckte Torte. Einen Link zu einer Anleitung dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Stifte mit Lebensmittelfarbe, Schaschlik-Spieße, eine Kordel, Pinsel, Zuckerguss, letztlich eine Mischung aus Wasser und Puderzucker, Mischverhältnis in der Beschreibung, und Foodloop. Und los geht's! Zuerst malen Amy und Lucy Blütenstängel auf dem Fendant. Jetzt kommt der Zuckerguss zum Einsatz. Einen Foodloop nehmen, mit Zuckerguss bestreichen und dann auf den Fendant kleben. Nach und nach entsteht so eine Blüte für die Blume. Einige Zeit später hat man eine ganze Blumenwiese auf der Torte. Jetzt kommen die Schaschlik-Spieße. Auf eine Kordel fädeln wir zunächst die Foodloops zu einer Kette auf. Jetzt die Kordel an den Schaschlik-Spießen festmachen. Und im Zickzack zwischen den beiden Spießen anordnen. Fertig ist unsere Torte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017